Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race mit Kedis1. Hi Kedis1, ich bin's. Und wir spielen heute die Challenge, dass wenn einer runterfällt, die heißt Paar-Challenge, glaube ich, ne? Ich habe die schon vor einem ein oder zwei Jahren schon mal gemacht, auf jeden Fall. Wenn einer runterfällt, muss der andere auch runterspringen im Jump'n'Run-Tal. Also Tobias, bitte strengen Sie sich an, okay? Sie schaffen das. Oh, ich habe gefallen. Nein, Spaß. Das wäre ich jetzt gewesen, aber du kannst mich auch nicht trollen, weil wenn du mich trollst und sagst, dass du runtergefallen bist und ich dann runterspringe, dann bin ich dann runtergefallen und dann musst du auch runterspringen. Verstehst du, dann ist es ein ewiger Kreislauf. I know, I know, I know. So. Deswegen gebe ich mir doch ganz viel Mühe. Es geht. Leute, ich habe sowieso schon, ich habe schon gute Stuff hier. Du weißt Bescheid sein. Ja, doch. Full Iron. Tatsächlich. Aber das ist nicht gut. Theoretisch von dir. Jetzt schon? Niemals. Doch schon so ein bisschen. Jetzt ehrlich? Ja. Irgendwie viel Glück hast du denn? Das Einzige, was ich kriege, ist Cobweb hier gerade. Aber du weißt, dann vielleicht kriege ich ja noch mehr und dann können wir uns das teilen. Ja, genau. Ich teile gerne. Ich teile gerne mit dir. Also, wenn ich was kriege. Ja, klar, natürlich. Nein, ich weiß, du bist ein Ehrenmann. Danke, danke. Du bist auch ein Ehrenmann. Ein Ehrenkettis. Ich habe jetzt mein erstes Dia-Item bekommen, eine Chessplate, eine Verzauberte. Die sieht auch ganz lecker aus. Ganz lecker. Mecker. Das gibt keinen Sinn. Lecker. Schmecker. Knackig, schmackig. Schnapp dich, knackig. Ähm. Ja, mehr fällt mir nicht ein, du hast gewonnen. Ich bin da nicht so gut drin. Das Erste, was ich schon gesagt habe, hat keinen Sinn ergeben. Also von daher. Aber guck mal, Timo Rangschel schwitzt ja auch ordentlich rein. Ich habe das Gefühl, die gewinnen die Runde und wir verlieren und dann weinen wir wieder nur. Nein, Ryan, das darfst du gar nicht denken, ja? Okay. Ich denke, ich denke wie ein Gewinner jetzt, okay? Wie denkt dein Gewinner? Ja. Immer an den Sieg, Junge, let's go. Let's go. Was wolltest du sagen? Wie ist das eigentlich? Oh, warte, warte. Du musst runterspringen. Sorry. Wenn, wenn, ich war kurz vorm Checkpoint. Ich habe auch nicht daran gedacht, ich musste wegen einem Checkpoint wieder runter. Ich habe voll die Challenge vergessen und bin dann absichtlich runtergesprungen und dachte so, oh, shit, das hätte ich mit Tobias abklären müssen. Ähm, so warte, jetzt, du wolltest irgendwas sagen, jetzt habe ich dich ein paar Mal unterbrochen. Wie ist das, wenn Monster dich töten? Ich bin runtergefallen. Oh, runterfallen, geil. Ryan, ich dachte, das war jetzt andersrum. Oh, ich bin auch runtergefallen. Nein! Ja, wenn Monster dich killen, dann muss ich mich auch killen. Dann muss ich runterspringen. Okay, okay, okay. Ja, also nur im PvP-Part ist aber nachher egal, wie gesagt. Also, wenn da dich jemand killt, dann ist es egal. Also, mit der PvP da. So, zack. Zack, ja, im PvP sterben wir ja eh nicht, ne? Von daher. Wir sind doch heute allein. Ja, ich habe noch eine verzaurte DIA-Testplate. Also, bis jetzt ist das das Einzige. Tobias, ich muss runterspringen. Sag wahrscheinlich, wenn ich kann. Ja, ich kann, ja, ich kanns, kanns, kanns. Okay, down. Nice. Mann, ey, ich bin auszusehen nur so runtergefallen. Ah, auch Mann, ich bin runtergefallen. Oh, Mann, ich war gerade fast fertig mit dem Dumb-Rod. Egal. Oh, Mann. Mach's doch mal jetzt. So, jetzt aber. Oh, verdammt, ey, jetzt habe ich uns so viel Zeit gekostet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Problem bin hier. Mann, warum bin ich hier so schlecht geworden? Das kann doch nicht sein. Aber ich mag die Map hier auch nicht. Die spiele ich nie. Die kenne ich nicht. Ja, deswegen, ich mag die auch nicht sehr, also. Ja. Deswegen, ich bin überrascht, dass die gewonnen hat, oder was? Ja, dass ich überhaupt noch nicht so, also, dass ich noch nicht geraged bin bei dieser Mode. Bei diesen Dingen hier. Das geht aber momentan ganz klar, also. Oh, ich glaube, warte mal, sind die anderen da gleich beim Ziel? Checkpoint 11? Weiß ich nicht. Ah, doch, doch, die sind kurz vorm Ziel. Verdammt, ich muss da auch irgendwie schnell hin, weil ich sehe das auch schon. Ah, er ist ins Ziel gegangen. Okay, ich renne durch. Kann sein, dass ich jetzt runterfalle, wenn wir Pech haben. Oh nein, nicht meine Emeralds. Zack. Ich habe, also, ich habe Helm und Schuhe für dich. Zack. Nice, okay, ich bin auch im Ziel. Helm und Schuhe hast du. Ich habe noch eine Dia-Chessplate. Ja, die brauche ich nicht. Durchs Ziel. Okay, ja, ich habe drei Dia-Chessplates. Das ist das einzige, was ich an Dias darf haben. Ich baue gerade noch meine Lappi-Bippe ab, einen Moment. Ja, mache ich auch eben. Ey, ich habe so Trash bekommen schon wieder. Wie viel Pech habe ich denn in letzter Zeit? Das kann ja nicht sein. So, das kann weg. Wo bist du denn? Das ist die Frage. Wobei, ich habe ganz viele Dias. Vielleicht kann ich... Warte, was hast du denn für mich? Ich brauche Chessplate und Hose. Ich brauche Chessplate und Hose und habe Helm und Schuhe. Helm und Schuhe, okay, dann mache ich mir... Ich kann aber noch mehr. Ich habe sehr viel Dias. Also, ich kann mir auch jetzt erstmal was craften jetzt für... Okay, ja, dann crafte ich auch erstmal. So, ich habe jetzt... Mir fehlt jetzt ein Dias-Helm auf jeden Fall. Den kann ich dir geben. Ich habe sogar zwei. Okay, nice. Und ein Dias-Schwert. Wenn du einen Stick hast, kann ich mir aber auch eins craften. Ich habe leider nur eins. Ich habe auch einen Stick. Aber ich brauche auch Dias. Also, ich kann dir Dias geben. Ja, nee, ich brauche nur einen Stick. Dann kann ich mir ein Dias-Schwert machen. Problem ist, wo bist du? Ich bin leider schon einmal gestorben, das ist dir die Sache. Wo bist du gerade? Ja, ich bin instant gestorben, als ich gestorben bin. Ich bin relativ in so einer Ecke. Warte, da ist jemand, bin ich gerade... Ja, aber siehst du, außer Schnee... Warte, ich bin gerade hier so... Wald, Bäume, Häuser... Ich bin gerade bei seiner Nische, da, wo man sich so... Da bist du, da bist du, da bist du. Da bist du. Moin. Okay, gib. Oh, ich habe auch die falsche Chestbelt angehabt. Ach, du hast... Hier nimmt das noch von FireSpec hinter uns und welche? Hinter uns und hinter uns. Ja, ja. Was hast du mir noch gedroppt? Oh, nee, das ist das OP-Team, was im Ziel war. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich bin blind. Oh, oh. Die feiten uns aber gerade gar nicht. Ist auch da jetzt wieder der eine. Ja, jetzt rennt der wieder weg. Schaffe ich mir ein Schwert einfach... Oh, hinter uns, hinter uns. Ah, egal, den kriege ich, den kriege ich. Das ist... Ja, du Lederstuff. Uh, Kais. Spaß. So, warte, hier rein. Hier für Regenerat... Also, bist du voll? Zack. Ich habe Hälfte, Hälfte. Ah, hier, hier. Der Typ, der Typ, der Typ. Zack. Aber egal, der ist alleine, der ist alleine gerade noch. Ah, sein Mate kommt jetzt. Sein Mate klauen uns erstmal den Stuff oder was? Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich sterbe. Mal gucken. Ich auch. Ah, rip, rip. Okay, dann warte, ich versuche wegzurennen. Rückzug, Rückzug, Hilfe! Ah, gut, das ist eine bessere Chestback. Ich habe leider kein gutes Gefühl. Mir fällt gerade ein, ich habe am letzten Lucky Race Video gesagt, dass ich demnächst Mal wieder gewinnen werde. Ähm, das sehe ich jetzt gerade noch nicht so hier. Ryan, du musst an uns glauben. Wie ging das hin? Okay. Fightest du irgendwo? Ah, bin hinterher, bin hinterher. Ah, gut, nice. Ähm, hast du Äpfel, normale? Äh, ne, leider nicht. Ach, schade. Ich habe 13 Gold auf. So. Ah, doch, doch, habe ich hier. Warte. Ja, dann hier, hier, mach Goldäpfel. Nein, mach gut. Es ist nur noch das orangene Team, ne? Oh, oh. Kürbisforschen, Kürbisforschen, Kürbisforschen. Hab ich auch, hab ich auch. Die haben auch einen. Ich habe wieder meinen Helm auf. Ja, ich habe meinen Gold-Helm jetzt auch. Aber er hat keinen Helm auf, der gerade. Nice, ja, ja. Ich gebe jetzt mit drauf. Der hat jetzt einen Lederhelm. Komm, der ist gerade alleine, ne? Warte, ich vergifte ihn. Let's go, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Der hat gehealed, der hat gehealed. Aufpassen, aufpassen. Aber ich habe noch mega viel AP. Also bis jetzt noch alles easy. Ah, jetzt ist er ein Main. Am besten auf den mit dem Lederhelm. Oh Gott, ich bin fast dauernd. Ich bin fast dauernd. Ja, ich auch, nämlich. Das ist das Problem. Bitte, lass mich den Typen hier bedingen. Als ob der Lederhelm-Typ nicht gestorben ist. Wir machen noch eine Runde. Das kann ich dir nicht auf mir sitzen lassen. Ah, du bist schon tot komplett? Ja. Ja, okay. Da muss ich natürlich jetzt... Ach, du hattest noch ein Leben? Ja. Oh, lol. Okay, sorry. Ich bin gelieft. Aber das Spiel ist von mir aus zu Ende. Ich glaube an dich. Grüß gehen raus an da Matchskin, der eigentlich gerade noch einen Spreen wollte, weil ich auch so nicht genickt in der Runde war. Und dann habe ich mich einfach ganz schnell genickt. Aber das ist das Sweat-Team, die uns jetzt wahrscheinlich nochmal zerstören werden. Aber mal sehen, mal sehen. Ging das denn? Ja. Ich glaube an uns. Okay, ich habe auf jeden Fall schon wieder eine Dia-Chessplate, wie die letzte Runde auch immer nur. Von daher, let's go. Das wird schon. Ich werde ich jetzt genau aufmachen. Ich habe jetzt nicht so einen guten Stahl wie letztes Mal, aber ich habe ja jetzt erstmal die erste Fassade. Oh, Dia-Schuh, nice. Nice. Ja, ich habe bis jetzt Dia-Chessplate und Leder-Chessplate. Also auch noch nicht das krasseste. Du bist gerade erster, Junge. Was ist da denn los? Kehrt ist eins auf dem ersten. Kehrt ist eins vor. Noch ein Tor. Aber das ist gar kein Fußball. Ach stimmt, ich könnte nochmal Völkerball in Minecraft aufnehmen. Ganz vergessen, dass es das gibt. Guck mal, jetzt sind wir da Schwitzer, Timmy. Wir sind vorne. Ich habe sowieso noch, ich habe sogar jetzt zwei Verzauberstische. Ich kann dir sogar noch einen geben, Alter. Ja, bitte. Das ist mein größter Traum, schon immer gewesen in Lucky Racer einen Verzauberungstisch zu haben. Das ist genau das, was ich brauche. Oh, nein. Oh, nein. Du kannst vergessen, dass wir die Challenge machen, um ehrlich zu sein. Verdammt. Okay, das ist jetzt kritisch. Sorry. Ne, kein Ding, kein Ding. Letzte Runde bin ich ja so oft runtergefallen. Von daher, kann ich da jetzt auch nicht mehr sagen. Okay, jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. Immer noch bei der Hälfte von dem Jump Run hier. Habe ich Sorge, ich fange jetzt wieder an. Mach jetzt wieder einmal. Du wolltest nur einmal uns darauf hinweisen, dass wir ja noch eine Challenge spielen. Genau. Damit man das weiß. Das ist sehr nett von dir. Jetzt habe ich es easy geschafft. Das Problem ist, jetzt sind die anderen halt wieder easy vor uns. Ja, das liegt einfach daran, dass man die Lucky Blöcke aufbaut hat. Das dauert immer so viel Zeit. Ich habe noch eine Dia Chesspair bekommen. Ich kriege wieder nur Dia Chesspairs gerade. Ich habe ein Buch. Größer gehen raus an Nero. Die sind ja in den US-Tier so gut. Ja, die sind ein Checkpoint vor uns. Ich glaube, das geht auch klar. Warum ist der, glaube ich, hier vorne? Man kann auch relativ gut am Ende hier zum Ziel rushen. Ja, bis wir ein paar Lucky Blöcke auslassen, aber das passt ja. Hast du schon eine Dia Staff richtig oder noch gar nicht? Ich habe Schuhe und Hose. Ne, Schuhe und Helm, meine ich. Oh, ich habe gerade noch Hose gekriegt, glaube ich. So meine Verzauberte. Was hast du immer so? Glück hier. Bei mir ist es immer Unlucky Race. Ich habe wirklich wieder, ich habe nur eine Chessplate immer noch. Echt? Ja. Spendet jetzt an Ryan bitte. In den Kommentaren. Bitte. Spendet mir jetzt in den Kommentaren Dia Rüstung. Ich brauche das. Ich bin jung, also eigentlich bin ich alt und ich brauche die Dia Rüstung. Das Schlimmste ist immer, wenn du auf einem Block bist und so konzentrierst dich auf den Block und dann spawnen da innen drin einfach die Wölfe. Ja. Ne, ich finde es noch schlimmer, wenn er dann einen Monster spawnt und dich einfach runterkickt direkt und das halt auf diesem Block steht und du immer wieder drauf springen musst, bis du das erste Mal gekillt bekommen hast irgendwie. Ohne Dia Hose. Danke für die Spenden, Leute. Sehr gut, Leute. So ist das richtig. Leider keine Verzauberte. Aber naja, kann man nichts machen. Hast du auch schon mal diese Röhre hier? Ja, genau. Okay, da bin ich auch gerade. Dann sehen wir ja gleich auf. Ja, das Gute ist da ja auch, wenn man runterfällt, dann muss ich nicht runterspringen, weil da stirbt man nicht. Aber du hast es jetzt geschafft, oder nicht? Ja, genau. Ich bin jetzt bei Schiegu. Ja, bin ich auch gerade. Ich bin jetzt gleich schon bei Gloomanda, Junge. Und da hast du dann ja auch schon das Ziel eigentlich. Ja, danach kommt immer. Und dann sind auch so weit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ins Ziel komme, weil die anderen sind schon bei Checkpoint 11 gerade. Das Schlimmste ist, wenn du... Oh mein Gott, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Also ich muss... Versuch nicht runterspringen. Wäre cool, wenn du nicht runterfällst, weil ich glaube, ich komme da noch ins Ziel. Ja, ich versuch's. Also ich schaffe es auf jeden Fall, nichts mehr zu fallen, sagen wir mal. Das ist gut, das ist gut. So, da vorne ist das Ziel, aber meine Rüstung ist mal wieder richtig schlecht. Ich nehme mal Illuminaten Schuhe einfach. Dann fehlt mir alles außerhalb der Helm tatsächlich. Ich habe leider kein Vierschwert, das ist ein bisschen kritisch. Okay, ich habe gerade noch einen zu kommen, mit dem letzten Lucky Block, den ich abgebaut habe hier. Aber ich habe 10 Millionen Halblinkel. Nein, da bist du nicht. Ich bin direkt schon bei dem Gegner von dem OP-Team hier. Ich habe mir gerade von zwei Teams schon gehittet. Ich sterbe, glaube ich, auch schon. Ja, ich bin gestorben. Ich will noch mein Inventar sortieren. Ja, ich kann auch mein Inventar leider nicht sortieren. Bist du das? Nee. Oh, nee, jetzt bin ich bei dem anderen von dem Team, Junge. Ja, Ryan, wie ist dein Nickname? Also siehst du meinen normalen Namen? Ja, ich habe gesagt, doch, 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 ich sehe den. Ich habe dich nur noch nicht gesehen. Ich bin so tot, ich bin so tot. Ey, ich auch. Komm schon, bitte. Ich opfere hier gerade alle Heiltränke, das kann doch nicht sein. Bitte stirb einfach. Komm halt nicht zu fighten. Boah, ey, das wird keiner, das wird keiner. Ich habe nur noch ein Leben. Ich bin zweimal gestorben schon. Wo bist denn du? Ah, da hinten, da hinten. Nee, nee, wir sind jetzt im Grauen. Ey, dieses orange Team, das verfolgt mich ja komplett. Ich sterbe. Da, Hilfe, hier, hier, hier. Tobias, hier, Hilfe. Ich habe nämlich nur noch ein Leben. Ich darf nicht noch mal sterben. Komm, der muss jetzt hier verrecken, komm. Wenn du nicht legen hast, du sagst Bescheid, ich habe Heilbären, 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 bitte. Oh Gott, ich muss kurz ein bisschen weg, ich habe drei Herzen. Komm, die nächste, ich bin tot, ich bin tot, glaube ich. Komplett tot? Nee, ja, ich renne gerade noch weg, aber wenn ich sterbe, bin ich halt draußen, ne? Ich werde schon mit einem anderen Typ nämlich schon wieder verfolgt, weil ich bin gleich wieder bei dir. Hinter dir ist halt noch einer, ne? Ja, ja, ja. Ah, ah, ah. Ist der andere, ist der andere? Ich habe halt kein Tiersteller noch. Das Problem ist, ich habe halt nur vier Herzen, so. Ich komme und den hier gerade ein bisschen weg, aber ich glaube, der killt mich aber trotzdem. Okay, versuchen wir einfach weiter in den zu killen. Sein Team, ah, jetzt kommt sein Teammate auch. Okay, ich muss los. Aber du hast ja auch noch ein Leben, ne? Jetzt halt die Frage, ob ich dich nochmal wiederfinde. Da sind, da ist ein Team, Leute. Ich sterbe, ich sterbe. Stimmst du wirklich? Das orangene Team habe ich einfach komplett zerstört, Mann. Ah, ich sehe dich. Okay, doch nicht. Wow. Ähm, Leute, bald gewinne ich Lucky Race wieder, okay? In den Aufnahmen habe ich immer Pech. Das kann doch nicht sein, Mann. Na ja, äh, Leute, danke fürs Zusehen. Ähm, bisschen unangenehm, aber na ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Es ist so schwierig, diesen Like anschauen zu ziehen, wenn es so heiß ist, man die geschwitzigsten Hände der Welt einfach hat irgendwie. Aber na ja. Ähm, und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.